Hallo, ich bin die Sarah vom Startplatzteam. Wir vergrößern uns zum 1.7. um 700 Quadratmeter, weil wir drüben so langsam aus allen Nähten platzen. Wir haben halt einfach nur mehr Möglichkeiten. Wir haben noch einen Konferenzraum mehr, wir haben große Büros, sehr große Büros, etwas kleinere Büros, Teambüros. Jetzt laufen wir durch die vierte Telefonzelle in ein großes Büro noch mal rein. Hier hinten entsteht noch ein großer Konferenzraum. Von hier aus sieht man übrigens auch die anderen Räumlichkeiten vom Startplatz. Wir haben natürlich auch in den letzten sechs Monaten viel gelernt und haben gesehen, wie sich Startplatz entwickelt hat. Also wir haben relativ viele Interessenten, die sich regelmäßig bei uns melden, die fragen, wie es aussieht und freuen uns natürlich aber gleichzeitig über noch viele Anfragen, über viele neue Gesichter, die dann ab Juli hier in unseren Räumen ihre neue Heimat finden können. Die neuen Räume sind natürlich direkt an die alten Startplatzräumlichkeiten angebunden, was heißt, dass wir natürlich auch aus den neuen Räumen einen wunderschönen Blick auf den Mediapark haben.